Die App-Dateien lässt sich seit dem Update auf iPadOS hervorragend zur Dateiverwaltung nutzen. Bei iOS werden die Daten prinzipiell immer innerhalb der App gespeichert und nicht in einem zentralen Dateisystem. Es handelt sich bei der App-Dateien eben auch nicht um ein zentrales Dateiverwaltungssystem, sondern um eine Oberfläche, die verschiedene Dienste wie zum Beispiel Cloud-Services, Dropbox ist ein Beispiel, oder andere Dateiverwaltungs-Apps wie zum Beispiel PDF-Expert oder sogar USB-Sticks miteinander vereint. In der Übersicht auf der linken Seite findet man zum Beispiel auch den Punkt auf meinem iPad und kann hierüber auf Dateien aus weiteren Apps wie zum Beispiel Word oder in diesem konkreten Fall eben Pages zugreifen. Es ist relativ simpel, jetzt hier Dateien zwischen verschiedenen Speicherorten hin und her zu schieben. Also ich könnte entweder den normalen Weg, den bekannten Weg gehen, indem ich diese App hier oder diese Datei anwähle und über den Export-Pfeil wiederum jetzt den anderen Cloud-Speicher oder den anderen Speicherort auswähle. Es geht mittlerweile aber auch über die Multitasking-Funktion noch mal deutlich einfacher. Im Tutorial zum Multitasking habe ich ja schon gezeigt, dass man zwei verschiedene Apps nebeneinander öffnen kann. Im aktuellen Betriebssystem kann man jetzt aber auch dieselbe App zweimal nebeneinander öffnen. Also auch die Dateien-App könnte ich jetzt hier entweder im Fenstermodus oder eben auch im Splitscreen mir hier anzeigen lassen. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, direkt über Drag-and-Drop Dateien zu verschieben. Wir machen das jetzt hier mal an einem Beispiel. Also ich wähle auf der linken Seite auf meinem iPad und habe hier eine PDF-Datei und die möchte ich jetzt in der Dropbox hier in einen vorbereiteten Ordner schieben. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht auf irgendeinen Pfeil klicken und exportieren, sondern ich nehme einfach die PDF-Datei und ziehe sie direkt hier rüber. Es erscheint so ein kleines Plus. Ich lasse los und schon ist die Datei dort rüber kopiert. Das Ganze funktioniert natürlich auch genau in die andere Richtung. Also ich nehme jetzt hier mal die zweite vorbereitete PDF-Datei und ziehe sie rüber und lasse sie einfach los. Wie das Ganze mit einem USB-Stick funktioniert und welches Zubehör man hierfür benötigt, wird in einem Extra-Tutorial noch mal genauer beschrieben. Ist auch in der Videobeschreibung noch mal verlinkt.